Kommen wir noch einmal auf die ALU zurück. Wir haben ja bereits gehört, dass der Computer nur mit Nullen und Einsen kommuniziert. Aber wie funktioniert das jetzt genau? Computer verstehen im Grunde nur zwei verschiedenen Zustände. Nämlich einerseits Spannung liegt an und Spannung liegt nicht an. Diese zwei Zustände werden auch durch einen Einser für Spannung liegt an und einen Nuller für Spannung liegt nicht an dargestellt. Da es nur diese zwei verschiedenen Zustände gibt, wird auch von binärer Information gesprochen. Die kleinstmögliche Speichereinheit kann also entweder den Wert 0 oder den Wert 1 annehmen und wird in der Computersprache ein Bit genannt. Durch hintereinanderreihung von mehreren Bits können also zwei Werte dargestellt werden. Bei zwei Bits sind vier verschiedene Werte möglich. Bei drei Bits acht und so weiter. Allgemein formuliert können wir bei einer Bitzahl von n Bits zwei hoch n verschiedene Werte abgebildet werden. Acht Bits werden ein Byte genannt. Damit können also bereits zwei hoch acht, also 256 Werte dargestellt werden. Wenn wir mit der CPU kommunizieren wollen, müssen wir mit ihr also in Nullen und Einsen sprechen. Da dies aber für uns Menschen zu aufwendig und auch zu umständlich ist, gibt es eigene Programme, die das automatisiert übernehmen und diese technischen Details für uns verschleiern. Das können zum Beispiel Programme, Systemprogramme von Betriebssystemen sein, die die Information von Computern für uns Menschen in eine verständliche Form übersetzen und umgekehrt. Dies geschieht zum Beispiel mit verschiedenen Logiken und Verschaltungen. So können aus binären Informationen komplexere, höherwertigere Informationen abgebildet werden. So hat jedes Zeichen, also jeder Buchstabe, jede Ziffer, jedes Sonderzeichen, eine eindeutige binäre Darstellung aus Nullen und Einsen. Es gibt zum Beispiel standardisierte Codes für die Darstellung von Zeichen, wie zum Beispiel den sogenannten ASCII-Code. Das Verschleiern von Details nennt man noch Abstraktion. Je nachdem wie viele bzw. wie große Details verschleiert werden, wird von verschiedenen Abstraktionsebenen gesprochen. Je niedriger wir an der Abstraktionsebene gehen, desto komplexer und detaillierter wird ein Sachverhalt dargestellt. Sie erhalten viel Detailwissen, verlieren aber dafür den Überblick über den Sachverhalt. Auf einer hohen Abstraktionsebene hingegen werden Sachverhalt sehr allgemein und einfach gehalten. Viele Details werden verschleiert, aber Zusammenhänge in einem Sachverhalt lassen sich leichter erkennen. Fliegen wir also etwa mit einer Drohne im tiefen Flug über die Stadt, dann erkennen wir viele Details. Menschen am Gehsteig, die gehen, welche Farbe ihre Kleidung hat, ob sie mit einem Hund spazieren. Wir sehen auch Autos auf der Straße, erkennen den Fahrzeugtyp und vielleicht sogar das Kennzeichen. Bauwerke sind mit ihrem Details erkennbar, wie auch Bäume oder ein Springbrunnen. Fliegen wir nun aber mit einem kleinen Flugzeug, dann können wir diese Details teilweise nicht mehr erkennen. Zwar wird man Fahrzeuge noch ausmachen können, aber Kennzeichen werden wir sicher nicht mehr sehen oder gar entziffern können. Auch wird es schwierig werden, einzelne Personen zu beschreiben. Dafür aber können wir Straßenzüge, Stadtviertel und anderes besser beschreiben und einen Überblick über die Struktur der Stadt beziehungsweise der Region erhalten. Unter Abstraktion versteht man die Trennung zwischen einem Konzept und dessen Umsetzung. Die Trennung in Konzept und Umsetzung ermöglicht es, einen komplexen Sachverhalt auf verschiedenen Abstraktionsebenen zu betrachten und von einer sehr konkreten, niedrigen Abstraktionsebene bis zu einer sehr abstrakten, hohen Abstraktionsebene zu betrachten. Die hohe Abstraktionsebene kann viel Detailprobleme wie technische Feinheiten auf niedriger Ebene verschleiern, darf er aber Zusammenhänge erkennen lassen, die auf einer niedrigen Ebene nicht sichtbar sind. Ein anderes Beispiel zur Abstraktion handelt von Max. Max hat die Aufgabe, in einem Saal voller Personen die Älteste unter ihnen zu finden. Er sucht sich eine beliebige Person aus, bei der er beginnt und fragt diese nach dem Alter. Diese schreibt er sich auf. Danach geht er zur nächsten Person und fragt nach deren Alter. Er vergleicht es mit seiner aufgeschriebenen Zahl. Diese Person ist nun älter als die Erste. Nun löscht er das notierte Alter der vorigen Person und schreibt stattdessen das Alter der aktuellen Person auf. Dann setzt er seine Suche nach einer älteren Person fort und fragt die nächste. Diese ist jünger. Somit kann sie gar nicht mehr die älteste Person im Raum sein und Max braucht sich dieses Alter erst gar nicht mehr zu merken oder aufzuschreiben. Er belässt also die notierte maximale Alterszahl der bisher gefragten Personen, die er aufgeschrieben hat und geht weiter zur nächsten Person. Das macht er so lange, bis er alle Personen im Raum gefragt hat. Die älteste Person im Saal hat damit jenes Alter, das er nach der Befragung aller Personen notiert hat. Die Ausführung der Aufgabe von Max ist in wenigen Aktionen, nämlich Fragen, Vergleichen und Schreiben erreichbar. Diese Ausführung ist aber auf einer sehr hohen Abstraktionssebene beschrieben. Denn wenn wir mehr ins Detail gehen, also eine Abstraktionssebene tiefer gehen, dann besteht zum Beispiel die Aktion Fragen noch aus viel mehr Schritten, wie zum Beispiel die Frage gedanklich und grammatikalisch formulieren, die Person ansehen und auch die Frage aussprechen. Aber selbst diese Schritte können noch detaillierter ausgeführt werden. Viele Abstraktionsebenen tiefer kann die menschliche Kommunikation und die Gedanken nur als eine Menge von Nervenimpulsen beschrieben werden. Das wäre dann aber auf einem ähnlichen Abstraktionslevel wie die binäre Information, nämlich mit Spannung liegt an bzw. Spannung liegt nicht an am Computer. Sie sehen, dass selbst die einfachsten Aktionen im Alltag eigentlich sehr komplexe Vorgänge sind, aber durch Abstraktionen im Großen und Ganzen einfach verständlich werden. Auch die Vorgänge in einem Computer lassen sich grob in Abstraktionslevel teilen. Teilt man es in drei Ebenen ein, dann wäre die unterste auf der Hardware-Ebene. Die Hardware, die nur 0 und 1 versteht, stellt die niedrigste Abstraktionsebene dar. Dann haben Sie das Betriebssystem, das die ganze Kommunikation zwischen den Hardwarekomponenten wie Speicher, CPU, den Ein- und Ausgabegeräten verwaltet. Und auf der höchsten Abstraktionsebene gibt es die User-Anwendung, Photoshop, Illustrator, InDesign, was auch immer, die sich auf Funktionalität des Betriebssystems verlässt und erweiterte Funktionalitäten bietet. Je weiter wir in der Abstraktionsebene hinaufgehen, umso verständlicher wird es für uns, um mit dem Computer zu kommunizieren. Das hat den Vorteil, dass wir uns beim Verwenden von Computer, Laptop oder Smartphone nicht ständig den Kopf zerbrechen müssen, wie der Computer oder die einzelnen Komponenten intern genau im Detail funktionieren. Geben wir zum Beispiel auf der Tastatur einen Text ein, müssen wir uns keine Gedanken darum machen, wie die Zeichen intern in binäre Information übersetzt werden, so dass der Computer sie schlussendlich verarbeiten kann, sondern wir können darauf vertrauen, dass die Eingaben korrekt übernommen wurden.